Wie gut kennst du eigentlich deine Freunde? Und wie gut kennen sie dich? Bei Privacy lernst du sie kennen. Wer besitzt heimliche Tattoos an ungewöhnlichen Stellen? Wer redet mit Blumen? Und wer hat andere seltsame Vorlieben? Hier findest du es heraus. Zuerst musst du für dich entscheiden, ob du die Frage mit Ja oder Nein beantwortest. Doch sei unbesorgt, die Mitspieler finden nicht heraus, was du geantwortet hast. Jetzt musst du dich entscheiden, wie viele Spieler am Tisch diese Frage wohl mit Ja beantwortet haben. Je besser du deine Freunde einschätzen kannst, desto weiter darfst du deine Spielfigur ziehen. Das Privacy-Brettspiel sorgt garantiert für einen lustigen und unvergesslichen Abend mit deinen Freunden. Noch schärfer gefällig? Für alle, denen die Fragen noch nicht heiß genug sind, gibt es jetzt Privacy scharf wie Chili. Neben witzig-kuriosen und moralischen Fragen geht es hier hauptsächlich um das Thema Nummer 1, Sex. Das Kartenspiel Privacy scharf wie Chili kann als Erweiterung zum Brettspiel, aber auch unabhängig davon gespielt werden. Die schärfsten Partyspiele aller Zeiten. Privacy 2 und Privacy scharf wie Chili von Amigo Mitnä aus dem Bautant Mitnä aus dem